Wie können die Lehrkräfte nicht platten? Wie können die Lehrkräfte dann in die Stadt Osnabrück, Osnabrück und fährt dann in die andere Schrauben und Wettrück. Die können natürlich kein Platt mehr. Früher war es ja schon mehr davon, dass die an Ort wohnenden oder in den Nörgten wohnen und in den Dörtern kommen. Die kommen dann doch noch mit kein Platt. Aber von daher kommt die von Wied her und kühlt einfach kein Platt mehr. Und deswegen in die Schrauben zu versorgen, Platt an die Kinder zu bringen. Wenn die Lehrkräfte dann sonst nicht gehört, ist das natürlich kaum möglich. Ja. Ja.